Okay, also sie verschwinden schon einmal nicht. Das ist vielleicht ein gutes Zeichen. Vielleicht. Vielleicht ist es ein gutes Zeichen, wenn sie noch nicht verschwinden. Also wenn wir dann alle Dinge da fertig haben... ...und wir können dann wieder von euch beginnen. Dann schaue ich dann einfach ins Internet, wie es da weitergeht, weil da... ...WOAH! Hey, was ist denn da los? Ui! Das ist ja so. Das ist ja so. Bis zum nächsten Mal. Mal eine Fähigkeit! Mal. 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 Oh, wir sollten uns vielleicht... Oh! Oh, Gott sei Dank! Na, schau! Hochlebe diesen Behinderten-Missionen! Hochlebe sie! Aber trotzdem, Alter! Ah, das sind wirklich die... Ja, das kann man viel besser verpacken! Seid's mir nicht böse! Das kann man viel besser verpacken! Schau mal so, hier oben ist da was... Na, weiter geht's! Hi! Einfach nur einen Angriff machen! Einfach nur einen Angriff! Wird nix! Wir verlieren wir nix! Na, da geht's! War nix! Jetzt, wir kriegen nicht einmal 30! Oder? Na, warten wir einmal! Gehen wir 30! Ja, wir kriegen 30! Okay, Bär! Ich glaube, ich sollte immer wieder vor und zurück machen! Sonst kann man da mal erst recht! So, wie ich das vielleicht geplant habe! Okay, rechts ist einmal nix, wo ich sagen könnte, da, da gibt's etwas! Da, ne? Okay! Na, dann wird's wahrscheinlich in meinem anderen Raum dann so 100%! Beziehungsweise, wir sollten uns ja eher mal in der ersten Ebene durchschauen! Na, da kommt's mir nix schon mal gut! Wenn wir das schon mal nicht finden! Beziehungsweise! Und hier, die Begegnung stark! Ja! 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 Definitiv! Allein schon bei dem Ort! Da kriegst du ja nichts! Da kriegst du ja nichts! Nichts kriegst du! Nichts kriegst du! Ah! Jetzt habe ich schon Tag gehabt! Okay! Wie geht's? Jetzt habe ich kurz zum Schwitzen begonnen! Das gibt's ja nicht! Also innerlich ist es jetzt wirklich gerade so fest! Das gibt's ja nicht! Oh, ist der Scheißdreck! Und äußerlich! Aha! Okay! Hahaha! Oh Mann! Oh Mann! Oh Mann! Aber wir haben's! Wir haben's! Bei Stufe 2, da kannst du ja glaube ich fast nur durchspazieren! Das sieht ja gar nix! Ja gut! Ja gut! Erst was wir vorher verschwören und dann das erwähnen! Ah ja! Also dann entscheiden die Lasse! Ich habe das so geliebt, wie das Spiel rauskommt! Ein Wahnsinn! Ich habe ja auch das DS-Spiel da so geliebt! Und das wollte ich unbedingt zocken! Das war so keine japanische Version! Irgendwas! Da sind ja glaube ich sechs oder sieben Digamons hinter dir hergegangen! Das war ja noch geiler! Sechs, sieben Digamons einfach so hinter dir spazieren! Ist einfach genial! Es ist einfach genial! Na gut! Ich würde mal sagen, den nächsten Fall beendet! Geendet von Suche etwas in seiner Nähe! Aber er findet es nicht! Passt! Perfekt! Oh, schön, schön, schön! Oh, schön, schön, schön! Warte! Ich mache mal kurz eine Pause! Oh, sogar vier! Na schau! Mal rein! Bis zur nächsten Folge! Und tschau!